Und ich sehe da vor allen Dingen für Künstler einen Auftrag darin, Musik aus der Zeit, die in dieser Zeit entstanden ist, zu singen, zu spielen, auf die Bühnen zu bringen. Dass wir immer wieder darauf aufmerksam machen, was passiert ist, dass wir dafür sorgen, unter anderem mit unserer Musik, dass das nie wieder passiert. Ich möchte so gern nach Haus.